auf den kanal stando gaming und heute spielen wir mal wieder minecraft survival wie ihr sehen könnt ich habe absolut kein plan was ich machen wollte auf jeden fall sehe ich da gerade eine schlucht ach das war die schlucht wo ich okay eigentlich müssten wir heute mal eine höhle gehen das wäre mal optimal haben wir denn das fackeln könnten wir machen aber ich glaube ich gehe heute mal eine höhle da ist kohle sind das grüne mehr hat nie gesehen wäre einfach nur dumm kann auch aber jetzt ja auch kohle nein ich bin ich ein eisenswert gemacht egal also ich will ja die eisenbacken erst mal schon so gehen wir mal hier runter ich glaube wir gehen mal in die höhle eigentlich wollte ich erst in die höhle wenn ich auch ähm dings ab ich sehe da schon kack creeper bauen wir das hier eben ab äh ey was ist das denn für eine kohleader hier scheiße es ist genau meine achse kaputt äh meine schlug ex kaputt gegangen egal machen wir uns einfach eine neue scheiße jetzt habe ich zwei neue ach egal eigentlich will ich heute ein bisschen eisen arm voll die leuchtet sogar wenn man die abbaut voll nice scheiße das war knapp äh hat das lichtstrahlen ort sind doch lichtstrahlen oder aber keine ahnung jo wie sieht die brüche aus einfach gelb okay ich würde sagen oder wollte ich da gerade ernsthaft hochspin sehen was man das oh hier ist auch kohle sammeln wir das jetzt auch einmal ich glaube wir müssen uns mal einen platz suchen wo auch nicht dieses biom ist weil das hier ist ein bisschen kacke das hier ist ein bisschen kacke also da war nichts mehr ja hier kommt man wieder raus okay das ist gut habe ich jetzt die kohle abgebaut da war dann noch mehr kohle ah hier oben okay dann können wir dort auch noch einsammeln so wartet mal scheiße jetzt ist es ja dunkel okay wenn es dunkel ist dann bleiben wir erstmal hier wann was ist jetzt schlauer zu machen eigentlich lieber das eisen oh achso ich habe ja noch zwei eisen da wäre sechs eisen im prinzip hallo eisen will da nicht rein achso bäh deswegen also beleuchten das hier mal kurz aus hat hier nichts spawn drin so sechs eisen und hier fehlen mit zwei ich glaube ich würde einfach ein eisen schwert machen machen wir ein eisen schwert und dann haben wir noch vier dann können wir hier noch schwert machen zack essen wir mal was hier ich würde aber jetzt trotzdem weiter gehen so zack ofen du kommst mit ich will jetzt mal gucken wie ich hier hochkomme ich glaube ich baue mich einfach hoch achso jetzt weiß ich was das ist das sind die smaragde oder so glaube ich okay kann man aber nicht abbauen ich habe echt keine ahnung was das sein soll das sind doch smaragde eigentlich da ist ein skelett das hat mich auch bedingst wir sagen wir rennen einfach mal irgendwo hin das ist jetzt die frage was wir machen könnten ich bin in so einem kackschneebio und ist irgendwie war's gestorben ich bin in so einem kackschneebio ich würde mich erst mal eingraben sollte in der nächsten folge werden wir glaube ich oder gehe ich ein bisschen auf links suche ja dann beende ich hiermit folge oder wenn es euch an das gehen leiten ab und kommentare schaut auch gerne auf meinen discord server vorbei der ist unten in der wii beschreibung verlinkt schaut auch gerne bei stnx vorbei und auch bei ihm wie heißt es bei meinem discord wort genau der nächsten folge werden wir dann ein bisschen auf der suche gehen haut rein heute euer sando ciao ciao